Jetzt dreht die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann wirklich endgültig durch. Offenbar kann sie den großen Krieg nicht mehr abwarten. Strack-Zimmermann fordert jetzt allen Ernstes die Aktivierung von einer Million deutschen Reservisten und damit die allerletzte Eskalationsstufe. Das ist einfach nur noch krank. Schauen wir uns die Details mal an. Los geht's! Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann ist ja die Vorsitzende des deutschen Verteidigungsausschusses und in diesem Ausschuss wird beschlossen, was später der Verteidigungsminister Pistorius umsetzen muss. Und da diese Frau in den nächsten zwei Wochen höchstwahrscheinlich in das EU-Parlament wechseln wird, hat sie vorgestern bereits angekündigt, dass sie ihr Mandat für den Verteidigungsausschuss und auch den Bundestag ablegt und damit zurücktreten will. Aber selbstverständlich will unsere Kriegshetzerin Nummer 1 nicht ohne einen großen Knall zurücktreten und hat jetzt mit ihren jüngsten Aussagen nochmal ganz deutlich gezeigt, dass sie sich sehnlich den großen Krieg herbeisehnt, indem sie weiter eskalieren will. Sie will jetzt eine Million deutscher Reservisten aktivieren. Und bereits vor zwei Monaten hatte ich ja ein Video genau zu diesem Thema gemacht, dass selbst Verteidigungsminister Pistorius die Reservisten einberufen will und auch eine Wehrpflicht einführen will. Und daraufhin auf dieses Video habe ich sehr viel Kritik bekommen. Mir wurde unterstellt, dass ich Fake News verbreite und dass ich Lügen verbreite. Tja, und siehe da, genau das, was ich damals gesagt habe, tritt jetzt ein. Jetzt verschickt Pistorius bereits die ersten Musterungsbriefe für neue Soldaten und spricht mittelfristig von einer Zwangsrekrutierung. Und Stratt Zimmermann, wie gesagt, die Vorsitzende des deutschen Verteidigungsausschusses, spricht jetzt von einer Aktivierung der Reservisten. Also, es tritt genau das ein, was ich euch vor zwei Monaten schon gesagt habe. NTV schrieb gestern, Stratt Zimmermann will 900.000 Reservisten aktivieren. Die FDP-Verteidigungspolitiker Marie-Agnes Stratt Zimmermann hat sich alarmiert über mögliche Angriffspläne Russlands gegen den Westen gezeigt und die Aktivierung von 900.000 Reservisten in Deutschland gefordert. Russlands Präsident Wladimir Putin trimpt sein Volk auf Krieg und bringt es in Stellung gegen den Westen. Daher müssen wir so schnell wie möglich verteidigungsfähig sein, sagte sie der Zeitung der Funke Mediengruppe. Tja, meine lieben Zuschauer, da habt ihr es. Stratt Rheinmetall will 900.000 deutsche Reservisten aktivieren, also knapp eine Million. Und das, meine lieben Zuschauer, ist ja auch alles, was wir haben. Auf Wikipedia kannst du sehen, dass Deutschland rund 181.000 aktive Soldaten hat und rund 930 Reservisten. Und Stratt Rheinmetall will die alle aktivieren. Also nicht vielleicht 100.000 oder die Hälfte, sondern alle. Offenbar geht Stratt Rheinmetall ganz stark davon aus, dass wir demnächst alle Reservisten brauchen, um Deutschland und Europa zu verteidigen. Sie sagt ja selber, sie ist alarmiert über die möglichen Angriffspläne Russlands. Und das, meine lieben Zuschauer, ist wirklich krass. Weil klar, Putin hatte in den letzten Wochen und Monaten immer aggressiver reagiert. Und warum? Naja, weil er auch ohne Ende provoziert worden ist. Stratt Rheinmetall forderte damals ja Panzer für die Ukraine. Putin hat davor gewarnt, aber die Ukraine hat trotzdem die Panzer bekommen. Später forderte Stratt Rheinmetall dann Taurus für die Ukraine. Putin hat ebenfalls davor gewarnt. Und Kanzler Scholz konnte das gerade noch so abwehren. Aber wahrscheinlich wird er sich demnächst auch wieder anders äußern. Und jetzt vor kurzem Stratt Rheinmetall forderte Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium mit deutschen Waffen, Putin hat auch davor gewarnt. Und jetzt erlaubte Scholz genau diese Angriffe. Und eventuell wird Taurus demnächst dann auch noch folgen. Das ZDF schrieb gestern, Freigabe für die Ukraine, Einsatz deutscher Waffen, was das bedeutet. Präsident Wladimir Putin hat in Aussicht gestellt, dass die Staaten Europas, die dies zuließen, auch mit Angriffen zu rechnen hätten. Sicherheitsratsmitglied und Ex-Regierungschef Medjel nannte die Freigabe westlicher Waffen gar einen Kasus Belli, ein kriegsauslösendes Ereignis, so Körper. Und das, meine lieben Zuschauer, müsst ihr euch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Putin sagt hier eindeutig, dass jene Staaten mit Angriffen auf ihr Territorium rechnen müssen, die ihre Waffen für den Beschuss von der Ukraine auf Russland freigegeben haben. Und genau das hat Deutschland vorgestern getan. Olaf Scholz hat vor zwei Tagen der Ukraine die offizielle Erlaubnis gegeben, mit deutschen Waffen Russland anzugreifen. Und deswegen muss das deutsche Volk jetzt laut Putin mit Angriffen auch auf Deutschland rechnen. Und genau deswegen spricht Strack Rheinmetall ja jetzt plötzlich von Angriffsplänen von Putin und genau deswegen will sie die 900.000 Reservisten aktivieren. Und das ist doch wirklich Heuchelei pur. Strack Rheinmetall und ihre Kriegshetzer-Kollegen haben jetzt so lange eskaliert, bis Putin eine militärische Reaktion ankündigt. Und jetzt darf Strack Rheinmetall endlich die ganzen Reservisten aktivieren und Krieg spielen. Also ich kann gar nicht so viel essen, wie ich gerade brechen würde. Hätte Deutschland keinen einzigen Panzer geschickt und würde Deutschland jetzt keine Angriffe mit deutschen Waffen auf Russland erlauben, hätte sich einfach passiv verhalten, dann hätte Putin auch keine Angriffspläne formuliert und wir müssten auch keine Reservisten aktivieren. Und wir wissen alle, was jetzt als nächstes passiert. Wenn Reservisten erstmal aktiviert werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch auch hoch, dass sie zum Einsatz kommen. Genauso wie die bereits anderen aktiven Soldaten. Wenn also auch nur ein einziger deutscher Soldat jetzt in diesen Krieg ziehen muss und dort verletzt wird oder stirbt, dann geht das ganz klar auf das Konto von Strack Rheinmetall und ihrer ganzen Kriegshetzer-Kollegen. Hätte sich der Westen von Anfang an rausgehalten, wären wir friedlich geblieben, dann hätte es ja einen Monat nach Kriegsbeginn bereits Frieden gegeben. Es gab ja die Friedenskonferenzen und dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Und wenn jetzt einer von euch, also von euch meine lieben Zuschauer, zu diesen Reservisten gehört, dann überlegt euch mal ganz genau, ob ihr wirklich für diese Kriegshetzerin Strack Rheinmetall und ihre kranke Ideologie bereit seid, euer Leben zu geben. Ich wäre das nicht. Und das Perfide ist, Strack Rheinmetall spricht hier ja immer von Heimatschutz und von Landes- und Bündnisverteidigung und versucht damit, die patriotische Ader der Deutschen zu appellieren. Aber man muss ganz klar sagen, das, was Strack Rheinmetall hier vorhat, ist eben kein Heimatschutz. Es ist keine Landesverteidigung und es ist auch keine Bündnisverteidigung. Es ist einzig und allein der Schutz der geostrategischen Interessen der Amerikaner. Wir verteidigen in der Ukraine weder unser Land, noch die NATO, noch die Demokratie, noch unsere Freiheit. Wir sollen lediglich die Machtinteressen der Amerikaner verteidigen und dafür sollen jetzt die 900.000 Reservisten aktiviert werden. Fui Teufel! Was sagt ihr denn zu diesen Plänen von Strack Rheinmetall, dass sie jetzt die 900.000 Reservisten aktivieren will und wohlmöglich sogar demnächst einsetzen will? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.